Hey, Paul. Warst du schon draußen? Was ist das? Sieht aus wie Hufabdrücke von einem Pferd. Die haben durchs Fenster geschaut. In der Nähe von meinem Apartment waren die auch überall. Die gehen bis zu deinem Apartment? Die sind in der ganzen Stadt. Die Forstbehörde hat mir heute Morgen gesagt, dass es kein Tier gibt, das solche Spuren hinterlassen würde. Es sind bestimmt nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben haben. Aber die würden doch nicht bis hier rauskommen. Wie ich habe noch nie erlebt, dass die ganzen Tiere einfach so verschwinden. Was, wenn in diesen Wäldern etwas vor sich geht? Da sind sie! Hey! Das war das... Bitte! Es jagt mich! Schlimme Dinge passieren. Weil Menschen sie passieren lassen. Denkst du wirklich, da ist ein Monster in den Wäldern, Donny? Ihr verschwindet jetzt sofort von hier! Diese Kreatur ist stark. Sie ist schnell und clever. Aber gemeinsam werden wir das schaffen. Wir müssen nur die Nacht überstehen. Menschen, wenn wir die Nacht überstehenden Wäldern, um die Jaune-In-Wälder-Wälder-Dominanzin-Lehälke-Kaptier. Aber das ist Gesicht, wir haben noch ein paar Tage. Ich kann nicht nur die Zeit überstehenden Wäldern. Wir müssen die Nacht überstehen, aber in der Nacht überstehen. Wir müssen die Nacht überstehen. Das ist die Nacht überstehen. Wir müssen die Nacht überstehen.